Und da gleich auf gar keinen Fall irgendwas fehlt. Ich gebe zu, wenn ich das Spiel scheiße fände, wenn ich das Spiel richtig doof fänden würde, wäre es einfacher, ja. Das, oh, SCH-Wort sagt man, ich nehme das zurück. Ich weiß, das Speichern ist doppelt gemoppelt, aber Nein, ich muss gucken. Ist da oben was? Nein, da oben ist nichts gut. Oh! So, da kann man hier auch nochmal rein. Eieieieieiei! Boah, ich will schon. Ich weiß nicht, warum was? Was wäre dann? Also, da hättest du Geld. Ja, okay. So, was wir auch schon, ne? Als ob das ganz knapp nicht reicht. Achso, ja, gut, okay, das stimmt. Ich weiß, es ist hart, aber wir müssen leider das Klischee eines armen Studenten erfüllen, wir beide. Da werden wir nicht rumrum kommen. Leider, leider, ja. Reicher Student wäre mir auch lieber. Ja, gut, du bekommst noch BAföG-Nachzahlungen, aber... So, muss ich hier erst später rein, oder muss ich hier jetzt schon rein, oder? Ich muss erst später rein, okay, gut. Weil da ist ja noch so eine Zelle, deswegen... Achso, jetzt verstehe ich das. Ich hab gerade erzählt, warum ist das hier so schwer? Ja, nein, 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 nein. Ich bin aber auch so schwer. Um, 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 um. Was? Ich dachte, das ist schneller, als wenn ich da immer anhalte, Aber okay, offensichtlich nicht. Boah, der Berg ist aber noch mal echt, das ist noch mal eine Klasse für sich hier eher. Mit dem muss man erstmal zurechtkommen. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte nicht noch eine Lavaflut, ey. Obwohl ich muss schon sagen, Bafög Nachzahlungen fühlen sich schon extrem gut an. Okay, 92% des Spiels haben wir, Leute. Und jetzt nur nicht aus Versehen irgendwie irgendwas triggern, dass ich wieder... Oh, ich wollte nicht runter. Weil da möchte ich erst gleich hin, ich möchte erst einmal hier hin. Wollen wir uns nochmal weg für die Porten und nochmal irgendwo anlassen? Nein, Spaß. Okay. Okay. Okay, wir müssen besiegen. Ach, den, den feinen Herren, diesmal in Lava-Style hier. Machen wir erstmal die nerfigen Gehilfen weg von ihm. Okay. Anderfigen. Soooo Und damit haben wir das letzte Geheimnis in Ori and the Blind Forest gefunden. Wir haben 100% der Karte erforscht, d.h. wir haben alles gesehen, außer alles das, was hier links ist, aber ich schätze, dass das Finale sein wird. Alles klar, ich würde sagen, Zeit fürs Finale. Noch haben wir ja noch nicht zu Ende. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das Finale. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wieder hergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, dem das gar nicht gefallen wird. Was? 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 Ethernet! Was? Was? Von Doh? Aus. Das war's für heute. Hey, wo muss ich lang? Ich muss immer von vorne anfangen? Ich meine, okay, es ist sinnvoll, aber ich wusste nicht, wo ich langen muss. Ich habe keinen Weg gesehen. Oh, da wurde ich gebrutzelt. Da wurde ich auch gebrutzelt. Zu langsang. Vielleicht bin ich auch einfach, mann, zu ungeduldig schon wieder. Bin ich ja oft in Uri in solchen Situationen, weil das Spiel mich so unnötig über Druck setzt und ich dann so überschnell sein will. Was aber eigentlich gar nicht nötig ist. Ah, ich muss da hin! Ich habe jetzt erst gesehen, wo es weitergeht. Okay. Jetzt weiß ich aber, wo ich weiter muss. Also ich muss nicht nach oben, wie ich dachte, sondern ich muss nach rechts. Das scheint eine komplette Flucht nach... Oh, da kann man getroffen werden. Das scheint eine komplette Flucht in Richtung rechts zu sein. Also schön immer nach rechts gehen, ja. Ja, hier warte ich jetzt einmal ab, weil... Auch wenn ich mich dazu Zuschauen... Tschüss. 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 Ich muss auch... Boah, das ist aber eine Flucht. Die muss man sich aber auch... Da muss man... Da muss man den Weg aber lernen. Aber ist okay. Dann lernen wir halt den Weg. Ich muss jetzt nur nicht durcheinander kommen, wo ich überall hergegangen bin. Ich muss jetzt nicht durcheinander kommen. Also Fehler gleich tot, okay. Das ist Kuro scheint saurer zu sein und gefährlicher denn je. Hallo! Ich lasse mich so unter Druck setzen da immer an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, warum die Stelle so schwer ist. Da kann man doch auch eigentlich, glaube ich, die... Weil ich meine, man muss doch eigentlich auch schaffen können, ohne dass man den Sprint hat, oder? Weil der Sprint war doch, glaube ich, optional. Ich weiß nicht, wie kann ich... ...nein... ...näin... 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 Das war's für heute.